Hallo aus dem Forst Ville. So, die ersten Kilometer mit dem Neuron an sind erledigt. 10 Kilometer habe ich jetzt ungefähr schon. Eindruck, einfach super, muss ich sagen, macht Spaß. Ich habe jetzt 10 Kilometer gefahren, fast nur im Eco-Betrieb. Soll jetzt noch 130 Kilometer Range haben. Ich bin echt begeistert, oder 120, das muss ich nicht lügen. Echt super, habe ein bisschen Steigerung drin gehabt. Hat echt Spaß gemacht, super. War eine tolle Entscheidung, kann ich nur empfehlen. Vom Motor hört man fast gar nichts. Schön leise, schnurrt vor sich hin. Wie gesagt, bin jetzt fast die ganze Zeit im Eco-Betrieb unterwegs. Die Schaltung ist butterweich, knackig, kommt wirklich auf den Punkt. Motor setzt super ein, vermittelt ein tolles Gefühl. Überfordert eigentlich. Ich werde jetzt noch ein bisschen an der Sitzposition und an den Armaturen die ein bisschen einstellen. Und mich dann nochmal mit der Elektronik befassen, mit der App. Was man da eventuell noch an den unterschiedlichen Fahrprofilen des Motors einstellen kann, feinjustieren kann. Aber alles in allem macht das echt super Laune. Heute ist übrigens internationaler Tag des Waldes. Da habe ich direkt mit der Gunst der Stunde genommen und bin mal in den Wald gefahren. Heute Morgen sah es nicht ganz so toll aus, was das Wetter angeht. Aber es ist nicht zu matschig, man kommt gut vorbei oder kommt gut voran. Ein bisschen Dreck ist okay, soll ja auch Spaß machen. Von daher, ja, das wäre der Moment. Des Wetter angeht. DaATA Oh, das war so, ja, das war's, danke. Untertitelung. BR 2018